Bei mir habe ich jetzt den Chris der Ehrlich Brothers herzlich willkommen. Es war eine fantastische Show hier in Bregenz. Ein spezieller Auftrittsort natürlich. Das Festspielhaus Bregenz mit James Bond und so alles war schon da, oder? Ihr jetzt auch? Ja, und du auch. Radio Melody hier in Bregenz. Es ist schon eine sensationelle Spielstätte. Es ist leider jetzt schon dunkel. Vorher hat man noch diesen ganzen Platz hier gesehen. Wir sind ja im Panoramaraum. Komm, hier mach doch mal so einen Schwenk, lieber Kameramann. Jetzt sieht man es leider nur dunkel, aber auch tagsüber war es schon der Hammer. Aber noch besser als Bregenz ist ja nur die Schweiz. Das ist das Hallenstadion und da freuen wir uns auch schon sehr drauf. Ihr wart ja vor kurzem in der Schweiz in St. Moritz bei Roman Kieligsberger. Stimmt, das war auch unsere erste Schweizer Show, in der wir aufgetreten sind. Es war tatsächlich nicht so leicht, alle zu verstehen. Weil ihr Schweizer habt ja echt viele verschiedene Sprachen drauf. Wir Deutschen können ja nur Deutsch, ein bisschen Englisch noch. Aber ihr sprecht ja alles. Aber zum Glück versteht ihr uns. Also kommt in die Show, ihr werdet uns verstehen. Wir werden euch vielleicht nicht, vielleicht auch doch mal schauen. Ihr arbeitet viel mit Karten, aber da wart ihr in einer Jass-Show. Wisst ihr überhaupt, was Jassen ist? Ein Schweizer Sportart? Ein Schweizer Spiel, ein Kartenspiel. Ein bisschen habe ich mich da tatsächlich eingelesen. Aber ich beherrsche das Spiel leider nicht. Und so viel mit Karten zaubern wir eigentlich auch nicht. Wir haben einen Kartentrick eigentlich nur in der ganzen Show. Und der gerät völlig außer Kontrolle. Ein großes Chaos mit riesen Karten. Ich darf jetzt nicht sagen, wie es endet. Sonst würde ich den Überraschungseffekt vorwegnehmen. Also Karten ist eigentlich etwas, da machen wir eher einmal eine Parodie drauf. Weil wir stehen ja nicht so für die klassischen Illusionen, sondern halt eher für mit dem Motorrad aus dem iPad donnern und Bahnschienen verbiegen und so. Alles Verrückte machen. Zwei Brüder. Dein Bruder ist vier Jahre älter. Er hat dich wahrscheinlich angesteckt mit dem Zauberfieber. Er hat einen Zauberkasten tatsächlich zu Weihnachten geschenkt bekommen. Da war er acht oder neun. Und das war auch sein einziger Wunsch. Und hat ihn dann früher entdeckt, glaube ich sogar. Genau so war es. Ich wollte gerade überlegen, wie ich es sage. Er wusste schon, wenn es der einzige Wunsch ist, er hat dann auch von irgendeinem Cousin gesagt bekommen, dann guck doch mal hier im Schlafzimmerschrank, da bringt das Christkind bei uns das schon vorher vorbei. Und da hat er das tatsächlich gefunden. Hat vorher schon heimlich ein bisschen geübt, also vor Heiligabend. Und als er Heiligabend dann das Geschenk bekommen hat, war er natürlich überrascht. Oh, ein Zauberkasten. Und er konnte schon gleich so ein paar Tricks. Und die Eltern standen da und dachten, das wäre ein Wunderknabe. Heute wissen wir, er ist kein Wunderknabe. Trotzdem. Ich war nur nicht ehrlich. Ja, hat auch mit Illusion natürlich zu tun. Und die Eltern waren dann auch illusioniert wahrscheinlich, oder? Die waren verzaubert vom kleinen Jungen. Und bei mir hat es so ein bisschen gedauert, weil wenn du Kind bist, sind vier Jahre Unterschied ja schon sehr viel. Also er konnte einfach, ich sage es ungern, aber er konnte besser zaubern als ich. Und das habe ich nachher ein bisschen aufgeholt. Heute ist es andersrum. Ihr seid sehr, sehr viel unterwegs. Ihr wart sogar, für Zauberer, für Magier, ist Las Vegas ein riesiger Name natürlich auch. Und Siegfried und Roy habt ihr auch mindestens Siegfried kennengelernt. Ja, es war ein sehr bewegendes Treffen für uns, weil es gab ja nur, oder gibt Kapperfield und Siegfried und Roy. Danach wird es ja schon dünne. Und Siegfried hat uns eingeladen. Wir haben uns sehr lange wirklich unterhalten. Und ja, es war sehr bewegend. Er hat gesagt, you are the superstars of magic, wo mir jetzt noch eine Gänsehaut kommt, weil wir das einfach nicht so sehen, weil die haben halt ihr Leben wirklich in Las Vegas gezaubert und sind echt halt Superstars noch heute. Und ja, es ist einfach toll so, dass dieser Draht da ist. Wir schreiben uns immer wieder mal eine Mail, mal einen Brief. Und Ihnen interessiert es immer so, was wir machen. Jetzt über das Stadion, hier am 11.06. Ihr müsst da vorbeikommen. Wir hatten eine hammergeile Show. 30.000, 40.000 Leute. Und ihr seid auch in den Magic Circle aufgenommen worden. Das war ein Riesending. Ja, auch das ist eine tolle Ehre. Wobei, wir sind jetzt nicht so die Art von Mensch, die dann in der Trophäensammlung, die jeden Tag da einmal vorbeigehen müssen und sagen, das ist die Karte von Siegfried und das ist der Orden vom Londoner Magischen Zirkel. Wir freuen uns lieber, die Menschen wirklich zu verzaubern in der Show. Und das gibt uns viel mehr als irgendwie Trophäen oder Auszeichnungen. Also das leben wir einfach so, diese Show und Menschen zu unterhalten. Und ihr habt ja die Zauberei, die Illusionen erneuert quasi, quasi Version 2.0 gemacht, daraus mit iPads. Und die ganzen modernen Sachen sind dazugekommen, nicht mehr der Hase aus dem Zylinder. Ja, das ist uns immer sehr wichtig gewesen und auch heute noch, alle Klischees zu widerlegen. Also wir zaubern mit hochgekrempelten Ärmeln, wir haben halt kein Frack an, kein Zylinder auf. Es ist halt, ja, 2.0. Du hast jetzt 2.0 gesagt. Wir hatten einfach immer Lust, so ein bisschen was Neues, Modernes zu machen. Und das ist bei rausgekommen. Jetzt kommt die... Nicht technologisch modern, sondern schon so, dass es die Menschen wirklich berührt. Also wir sind jetzt keine Lasershow, wo es irgendwie... Wir sind jetzt keine abgespacede Show. Es ist einfach nur Magie von heute und nicht von gestern. Und das ist auch das Spannende. Hatte heute auch wieder Kinder natürlich auf der Bühne, die strahlen und die sind verblüfft. Und das ist wahrscheinlich... Wegen dem macht man es wahrscheinlich, oder? Ja, dieses Erstaunen in den Augen der Zuschauer zu sehen, ist etwas, was uns viel gibt. Menschen träumen mit offenen Augen. Sie lassen sich fallen in eine Welt voller Magie. Und dieses Gefühl, etwas nicht zu verstehen, wie etwas funktioniert, das ist ein sehr kindliches Gefühl. Und die Menschen kommen so ein bisschen als Erwachsene, zumindest die Großen, und gehen wieder als Kids aus dem Saal raus. Und das ist... Als Erwachsener musst du ja eigentlich immer die Welt verstehen, weil du musst die anderen erklären, deinen Kindern oder wie auch immer. Und du darfst nicht nicht wissen, wie es geht. Und in unserer Show darf man das. Und das ist was sehr Kindliches, was wir da so in den Menschen ansprechen. Und das ist was ganz Tolles. Und ihr kommt in diesem Jahr am 10. April, glaube ich, zum ersten Mal in die Schweiz ins Hallenstadion. Genau, am Tag davor sind wir in der Olympiahalle in München. Und dann haben wir gesagt, wenn wir schon in München sind, dann schauen wir auf jeden Fall noch in Zürich im Hallenstadion vorbei. Und wir freuen uns. Es ist eine große Schweizer Premiere. Und ja, wir haben auch eine Schweizer Bekannte da, die kommt auch. Es ist eine Freundin, die kennen wir bestimmt seit 20, 25 Jahren. Da sind wir gespannt. Unsere Eltern sogar schon. Ja. Ihr macht große Sachen. Eisenbahnschienen verbiegen, euch fast versägen lassen. Aber auch kleine Sachen. Du hast mit Karten und ich habe da Geld. Ihr zaubert auch mit Geld. Wir zaubern auch mit Geld. Du als Schweizer hast Euro dabei. Ja, erstaunlicherweise. Soll ich Schweizer Franken mal versuchen, daraus zu zaubern? Gerne. Pass auf, pass auf. Ich krempel mir die Ärmel hoch, dann seht ihr, dass nichts aus dem Ärmel kommt. Nichts dorthin verschwindet. Und jetzt, wie steht denn der Kurs zurzeit? Ich weiß es gar nicht. Ja, 1,10. Okay. Nee, das hat jetzt nicht funktioniert. Das tut mir leid. Das ist jetzt, das ist auch nicht schlecht. 10 Euro. Ja, tschüss dann. Ich muss interviewen. Okay, okay. Nein, wir müssen aber noch über... Ja, ja. Danke vielmals. Das kann schon passieren. Das kann... Wow. Der war doch deiner, oder? Ja. Oder meiner? Nein, er gehörte dir. Er gehörte mir. Hammer. Er gehörte mir. Ich bin... Du hattest noch eine Frage. Ja. Wir kommen nochmals. Abschluss von der aktuellen Tournee, quasi matschig, macht ihr in Frankfurt. In einem riesen Stadion. Und ich habe gehört, oder geflüstert gehört, ihr versucht auch, Rekorde zu brechen. Ja, wir werden mit ganz vielen Menschen quasi einen gemeinsamen Zaubertrick aufführen. Also nicht auf der Bühne, sondern mit allen im Zuschauerraum. Also mit euch im Zuschauerraum. Unter anderem. Da freuen wir uns schon sehr drauf. Also da werden vielleicht 5.000, vielleicht 10.000, vielleicht 30.000 Menschen quasi eine Illusion mit uns zusammen aufführen. Und ja, was werden wir noch machen? Wir werden Menschen teleportieren von einem Ort zum anderen. Also wir haben schon aufgerufen, bringt eure Schwiegermütter mit. Teleportieren wir alle auf den Mond. Wir werden einen Monster Truck erscheinen lassen. Also lauter so Zeugs, die eines Stadions würdig sind. Und da freuen wir uns auch schon sehr drauf. Und wenn man mehr wissen möchte, zu den Tickets kommen möchte, kann man sicher über eure Webseite alles erfahren. Ja, auf unserer Webseite, auf unserer Facebook-Seite, aber bei euch doch bestimmt auch, oder nicht? Bei uns auch. Bei Radio Melody. It's magic, magic. Der magischste aller Sender. Also wir wünschen euch alles Gute. Hoffen wir sehen uns irgendwann wieder mal. Vielleicht in Zürich oder in Frankfurt oder sonst in der Nähe. Danke vielmals und alles Gute für die zweite Show. Herzlichen Dank. Dankeschön und bis bald. Bis bald. Wir sehen uns. In Zürich. Oder im Stadion. Oder nächstes Jahr. Facebook. Bis bald. Ich mache mal einen Zaubertrick. Ich lasse mich jetzt verschwinden. Boah! 15, 20, 20, 20, 20また aăng k Viszftig. Untertitelung des ZDF, 2020